Bevor wir anfangen, ich muss, mein Name ist Markus Barth, guten Abend. Bevor wir anfangen, ich muss jetzt kurz fragen, habt ihr es gerade gemerkt? Ich habe mir zum ersten Mal ever, 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 habe ich mir eine weibliche Ansagestimme gehört. Habt ihr es gewünscht? Habt ihr es gemerkt? Eine weibliche Ansage, ja, jawohl. Ich bin so drittes Jahrtausend, Freunde. Nein, weil mir ist mal aufgefallen, dass immer Männer die Ansagen machen. Habt ihr das mal gemerkt? Jede Show, jedes Sport-Event, immer Männer. Jede verdammte Vorspeise beim perfekten Dinner wird von einem Mann angesagt. Sogar bei Zwischentüll und Tränen, habt ihr das mal gesehen, wo die alle ihre Brautklätzer... Ja, ich habe sehr viel Tagesfreizeit. Sogar da, immer ein Mann, macht immer ein Mann die Ansagen. Als ob jemals ein Mann den Satz gesagt hätte, Silvia hat sich für eine transparente A-Linie mit Tatto-Spitze entschieden. Niemals! Niemals! Deswegen hab ich gesagt, nein, ich möchte eine Frau, die die Ansage macht. Denn ich finde, es ist ein ganz wichtiges Zeichen für die Gleichberechtigung, dass eine Frau eine Drei-Sekunden-Ansage macht. Bevor ich dann ein Mann zwei Stunden voll labert. So, und ich sag euch gleich, wenn es mich richtig überkommt, dann gendere ich heute auch noch. Wow! Friedrich Merz has left the building. Leute, ich verstehe diese ganze Diskussion nicht. Ganz ehrlich, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht mit dem Gendern. Ich muss sagen, den Leuten geht es fantastisch, die das gehört haben, sind alle noch am Leben, mir ist nicht der Pimmel abgefallen. Es geht! Diese Angespanntheit, ich verstehe das nicht mehr und ich muss ehrlich sagen, ich meine, es geht nur darum, alle anzusprechen. Es geht nur um Sichtbarkeit, es geht nur darum, alle einzubeziehen. Mehr ist es nicht, tatsächlich. Und ganz ehrlich, ich bin mir selber noch gar nicht sicher, ob das mit dem Gendern wirklich der Weisheit letztes Schluss ist. Ich weiß es nicht. Ich mache es jetzt aber trotzdem. Ich versuche es mir anzugehören, weil ich mal gehört habe. Immer wenn man gendert, explodiert irgendwo in Bayern einem CSUler der Trachtenhut. Das, ähm, ja. Das wäre es mir wert. Verzeihung, CSUler in. Man muss ein bisschen aufpassen, oder? Es ist wirklich sehr aufgeladene Diskussionen momentan im Land, sehr aufgeladenes Kommunikationslevel im Land, finde ich. Man muss sehr aufpassen, dass man nicht selber so ein Wutbürger wird. Ja, so ein Schnappatmungs-Schorsch. Ich merke das an mir selber, das geht ganz schnell.